Schönen guten Abend, Roland Althorn. Ich bin seltener Gast aus dem Westen hier im MetaLab. Vor einem Jahr etwa durfte ich mit dem Alexander hier ein Update zu den Creative Commons Lizenzen 4.0 präsentieren. Heute mache ich nur eine kurze Veranstaltungsankündigung. Es gibt auch Linux Days woanders. Am 2. Dezember ist dieser in Dornbirn in Wien. Wir haben etwa 500 bis 800 Besucher, also ein relativ großer für das Vier-Länder-Eck dort. Highlights sind heuer etwa Apache Foundation erzählt, wie sie funktionieren. Viel Internet of Things oder Faircoin, eine Blockchain-Entwicklung made in Austria, für die ich mich seit zwei Jahren etwa engagiere. Da gibt es also eine Genossenschaft, etwa 200 Aktivisten weltweit verteilt, viele in Spanien, in Griechenland, die sich unter Fair.coop koordinieren und eine eigene Weltwährung nicht nur geplant haben, sondern auch damit leben und umsetzen. Die hat einige Besonderheiten, etwa eben nicht Proof of Work, mit dem man über Mining etwas verdienen kann, sondern Proof of Corporation, also auch ein ganz innovativer Ansatz von der Informatikseite her, den der Thomas König entwickelt hat, der in Dornbirn lebt. Wir werden also rund um diesen Linux-Day einen Hackathon, um diese Blockchain-Spezial-Track auch organisieren. Mehr dazu auf linuxday.at, beziehungsweise habe ich zu Faircoin und Faircoop ganz druckfrische Folder mitgebracht und werde einige hier auflegen. Danke. Vielen Dank.